Bei Schüssen in einer Bar in der Göppinger Innenstadt in Baden-Württemberg ist ein 29-Jähriger getötet worden. Für den Mann sei jede ärztliche Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei mit. Er ist noch vor Ort gestorben. Zwei weitere Menschen wurden durch Schüsse verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Einzelheiten und Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017